hallo lisa ja das ist ja super du hast doch diese serie maße doch gerade diese monochrom bilder mit den bananen ja alles fände ich toll in der sendung super bis gleich nichts ist banane steht hier als überschrift zu dem artikel über dieses stück bis letztes jahr im theater rampe lief nämlich banana island von den apokalyptischen tänzerinnen sternchen ihr wisst schon bescheid naja vielleicht ist es genau andersrum alles ist banane ja jetzt wo wir eigentlich alle zu hause sitzen da ist das ganz schön schwierig mit den osterferien und dem urlaub und dem wenn ich so eine banane sie dann das ist ja wie urlaub das duftet wie urlaub das ist wie am strand das ist die südsee die ferne die sehnsucht die lethargie im urlaub am zweiten tag nicht mehr wissen was man mit sich anfangen soll es ist nicht herrlich hallo ich heiße lisa mühleisen bin bildende künstlerin und zeige euch heute in meinem atelier den bild zyklus mit dem titel the monochroms holidays an dem ich gerade für die nächste ausstellung arbeite also monochrome im urlaub das heißt in diesem fall eine ein kompositionsarrangement mit den folgenden elementen beziehungsweise narrativen strengen urlaub monochrome malerei mit attributiven dekorelementen und bananen aus keramik ja bananen sind formal total simpel kein anderer gegenstand ist ihr in gestalt farbe oder größe ähnlich so wird sie immer eindeutig identifiziert ich würde sogar behaupten von jedermann ganz egal genau diese tatsache macht sie meines erachtens nach auch für die gegenwart ikonografisch interessant allerdings ist für mich der kontext und das verhältnis von aktionen also der selbstbestimmten im gegensatz zur passion der fremdbestimmten und zu ertragenen handlung relevant im fall meiner arbeit wäre das einerseits die tragende funktion ähm und andererseits die beschädigung der banane durch das gewicht der monochrom hautfarbenen bildplatte gleichzeitig ähm vollzieht sich dabei eine motivverschiebung der blaue kantenschutz kann die bildplatte nicht schützen so wird der kantenschutz auf funktionaler ebene im vergleich mit den bananen zu reihem dekor degradiert ähm in der kunst hingegen wird seit ähm warhols plattencover 1964 für the velvet underground an ihrem ikonografischen gehalt weiter geforscht ähm weitere beiträge sind zum beispiel von thomas baumgärtel welcher bananen an die museums und galerie eingänge sprüht ähm oder gar zuletzt mauricio cartelans bananen skulptur auf der art basel miami mit titel comedian welcher für furore sorgt er als david de tuna das panzer tape von der wand löste und die banane einfach aß eine banane das ist schon so eine sache heutzutage klimawandel eigentlich darf man die gar nicht mehr essen das quasi freiheitsversprechen der ehemaligen ddr sind nicht auch die deutschen das volk dass die meisten bananen jährlich ist hey keine ahnung echt eine schwierige sache aber was man ihr zugute halten muss sie hat ihren platz in der kunst gefunden musik 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 musik